sollte wir haben 16 oktober 2014 kurz kamera ablegen und dann kann es losgehen ja das wird ein sehr kurzes video und zwar gibt es beef zwischen zwei großen youtuber und ja normalerweise so ich bin ja nicht so interessiert an diesen videos von manchen großen youtuber aber diesmal hat der gute herr mich ja wirklich mal das erste mal real talk an den tag gelegt ja ich will jetzt nicht so viel in diesem video dazu sagen ich will euch jetzt nur die zwei videos um die es sich wohl handelt ja wo ich vermute wo es darum geht hier drunter verlinken von den zwei großen fitness youtuber und dann mache ich jetzt separat noch ein video wo ich kommentare dazu abgebe ja also zieht euch beide videos rein die gehen auch relativ lange also ihr werdet jetzt mindestens so eine halbe stunde stunde zu tun haben diese videos zu gucken und dann werden wir darüber reden und zwar jetzt nicht nur irgendwie gehäte oder so sondern da geht es wiederum um fakten und zahlen und dann gucken wir was dabei rauskommt ich habe mir nämlich ein paar andere sachen dazu ausgesucht also videos rein ziehen es geht gleich los Bis zum nächsten Mal.